Lalalala, 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 äh, nein meine Lieben, ich habe hier keinen neuen Nebenjob als Raumfliegerin. Ich bin der fleischgewordene Männertraum. Ja, meine Lieben, ob Sie es glauben oder nicht, die meisten Männer fahren nämlich total auf dieses scharfe Outfit ab. Der dauergeile Decoy lässt sich deshalb sogar von der Tante seiner Freundin die Lampe abstauben.